Moin zum Kommentar der Woche und dem Thema Fach- und Nachwuchskräftemangel in der Region 38 und darüber hinaus. Dazu will ich mit einem Erlebnis einsteigen, das ich vor einiger Zeit mit einem Bewerber hatte. Sie haben doch gesagt, dass man bei Ihnen mitmachen muss. Ich bin aber eher so der Typ zugucken. Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich bei einer solchen Absage für einen Job. Sind alle jungen Menschen der Generation Z so drauf? Eindeutig jein. In den vergangenen Jahren habe ich eine klare Tendenz zu weniger Kommunikationsfähigkeit, weniger Motivation, wirklich etwas reißen und erreichen zu wollen und abnehmender Fähigkeit zur Selbstreflexion festgestellt. Nein, diese Erfahrung mache nicht nur ich im Medienbereich. Das ist auch regelmäßig von vielen Fachleuten aus der Region 38 und darüber hinaus zu hören, die sich berufsmäßig mit den Themen Ausbildung und Vermittlung bzw. Gewinnung von Arbeitskräften beschäftigen. Ja, der Arbeitsmarkt hat sich in weiten Teilen zu einem Arbeitnehmermarkt gewandelt. Oft verbunden mit der zentralen Frage, was kann mein Arbeitgeber für mich tun? Nicht etwa umgekehrt. Viele Chefs schlagen da, manchmal verzweifelt, die Hände über dem Kopf zusammen. Für mich im ersten Moment verständlich. Während andere Chefs wiederum sagen, um politisch korrekt zu bleiben und niemanden zu verprellen, diese Generation ist einfach nur anders als andere. So einfach ist es aber nicht. Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung noch einmal einen ordentlichen Schub gegeben. Zunehmend mehr junge Menschen haben mit persönlichen oder gar psychischen Problemen zu kämpfen. Und hier kommen die Führungskräfte ins Spiel, die sich diesen besonderen Anforderungen stellen müssen. Dafür braucht es Qualifizierungsangebote, damit Führungskräfte der neuen Generation gerecht werden können. Doch am Ende beißt die Maus keinen Faden ab. Ohne mehr Initiative und bis in der jungen Generation wird mir Angst und Bange, was die Zukunftsfähigkeit unseres Landes angeht. Sage und schreibe 2,3 Millionen Menschen in Deutschland im Alter zwischen 20 und 34 Jahren waren im Jahr 2020 ohne Berufsabschluss. Nur ein Jahr später, im Jahr 2021, waren es bereits 2,5 Millionen Menschen. Das berichtete kürzt durch das Handelsblatt unter Berufung auf das Bundesinstitut für Berufsbildung. Übrigens, wir bei TV 38 haben ein immer stärkeres, jünger werdendes und fröhliches Team von Haupt- und Ehrenamtlichen, das motiviert zupackt. Und es sind auch alle irgendwie vom Typ zugucken. Nämlich dann, wenn es darum geht, unser Bürgerfernsehen zu schauen und so die Früchte der eigenen Arbeit zu genießen. Und wenn du Lust hast, uns kennen zu lernen und mitzumachen, kommen an Bord. Macherinnen und Macher brauchen wir bei TV 38 immer.